Unser Leben hängt von der Chemie ab. Energie, Dünger, Kraft und Kunststoffe, Medikamente. Genauer betrachtet verwenden die meisten Reaktionen Katalysatoren. Substanzen also, die chemische Umwandlungen beschleunigen, um den hohen Anforderungen unseres modernen Lebensstils zu genügen. Heutzutage verwenden die meisten chemischen Prozesse fossile Rohstoffe, wie Kohle, Öl oder Erdgas. Diese liefern zwar Kohlenstoffatome für die Herstellung alltäglicher chemischer Produkte. Oft erzeugen sie aber auch unerwünschten Abfall und verbrauchen viel Energie. Sie setzen grosse Mengen an CO2 frei und tragen dadurch zur Klimakrise bei. Eine nachhaltige Gesellschaft erfordert bessere Prozesse. Unsere chemische Gemeinschaft setzt sich dafür ein, diesen Wandel anzuführen, um die Spitzenposition der Schweiz in der Chemie zu erhalten. Deshalb unterstützt der Schweizerische Nationalfonds NCCR Katalysis. Diese von der ETH Zürich und der EPFL geleitete Initiative entwickelt neue katalytische Technologien, die zu klimaneutralen chemischen Wertschöpfungsketten führen. Unter Verwendung der häufigsten erneuerbaren Substanzen wie Wasser, CO2 und Biomasse entwickeln unsere Forscherinnen und Forscher saubere katalytische Prozesse. So entsteht aus erneuerbaren Molekülen eine Vielzahl von Chemikalien, die für unser tägliches Leben unerlässlich sind. NCCR Katalysis treibt Innovationen und Entdeckungen voran, indem wir neueste, experimentelle und rechnerische Methoden einsetzen und die Digitalisierung nutzen. Wir beziehen führende Schweizer Universitäten, Forschungsinstitute und Unternehmen mit ein und nutzen die Expertise unseres multidisziplinären Teams und internationaler Partner. Unser Programm umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Dank diesem Netzwerk werden wir ausgereifte Lösungen auf den Markt bringen, welche die negativen Klimaauswirkungen unserer Alltagsprodukte reduzieren. NCCR Katalysis schafft die Grundlage für eine nachhaltige Chemie und eine Kreislaufwirtschaft. Damit sichern wir der Schweiz eine Vorreiterrolle in der Chemie von morgen. Besuche unsere Webseite und unsere Social Media Kanäle, um uns auf diesem Abenteuer zu begleiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.